Tatort Wien-Favoriten. Hier in dieser Wohnhausanlage in der Nailreichgasse haben sich am Mittwochmittag dramatische Szenen abgespielt. Ein 48 Jahre alter Mann ist noch aus ungeklärter Ursache mit seinen beiden Eltern in Streit geraten, hat dann anschließend ein Küchenmesser gezückt und hat auf die betagten Personen eingestochen. Die Opfer sind 71 und 73 Jahre alt. Sie haben auch gleich direkt im Stiegenhaus, wo sich die Tat abgespielt haben soll, um Hilfe gerufen. In weiterer Folge hat dann ein Zeuge die Schreie vernommen, hat umgehend auch die Rettung verständigt. Die Rettung ist dann gemeinsam mit der Polizei auch in der Nailreichgasse hier in dieser Wohnhausanlage eingetroffen. Das Corpus Delicti, das wurde sichergestellt, nämlich das Küchenmesser. Mit diesem wurde ja diese grauenhafte Tat vollzogen und auch der Täter, der wurde gefasst. Er befindet sich jetzt mittlerweile schon in U-Haft. Ihm droht dann in weiterer Folge eine Anklage wegen versuchten Mordes. Den Opfern geht es auch nicht gut. Sie haben zwar die Messerattacke überlebt, allerdings wurden sie bei diesem Angriff schwer verletzt. Wir haben auch versucht, am Tag danach, am Donnerstag, nämlich mit Augenzeugen oder mit Bekannten zu sprechen, die den Mann kannten. Allerdings waren alle hier so geschockt, dass niemand vor die Kameras treten wollte. Der Schock, der sitzt natürlich tief hier und ja, es ist zu hoffen, dass sich derartige Messerattacken in diesem Jahr nicht mehr so eignen wie im vergangenen Jahr. Aber jetzt schon nach wenigen Wochen haben wir wieder eine Messerattacke, diesmal hier in Favoriten.